Wer mag Pop? Keiner. Wer mag Rock? Ich mag Rock. Also los geht in den Kassel, da wird gerockt. Und damit willkommen zu Remy Lattens. Tja, nur zu einer weiteren Folge heute mit den Kassel-Rock. Los geht's. Let's party. Alter, was ist denn damit los? Alter, was ist denn damit los? Alter, das ist echt epic. Boah. Das ist echt Rock. Ich kann das den Demo. Absolut, die Demo sind gespielt. Wow. Wow. Wanoi am civilization. Wanoi am über Dank. Oh no, 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 oh yes, solo! Ja, alter, boah, Castle Rock, echt epis, boah, da wird nicht leer, also das ist ein Daumen hochwert, Leute, wirklich, alter, Castle Rock, First Strike geschafft, okay, aber wir sind ja gestorben, so, schau dir, du hast diese Welt, die Welt von Afton verweistelt, du hast in der Fünftrechnung die Klose wirklich verdient, Alter, aber wir sind noch nicht ganz fertig, hallo, wir sind noch nicht ganz fertig, Also, tja, da haben wir noch was, da fehlt noch was, da fehlen auch noch ein paar Sachen, vielleicht können die mal dann schreiben, wo die sich dann verstecken, und, tja, also, so, ich hab jetzt noch ein paar Minuten Zeit, weil, tja, weil, muss noch gehen, so, Die viele, das dürfen wir, die zumal fest, Willst du mich noch jemand retten? Hm? Keine Ahnung, das hab ich noch ein bisschen mehr auf jemanden! Also, Emma, was hat das denn? Hä? Achso, damit! Ah, das habe ich ja verstehen! Ohne nicht! Das mache ich nicht! aber es gibt noch weitere epic coole musikler bin also vorher schon drauf was haben wir noch was haben wir da bei olympus maximus da haben wir doch noch was oder ach das mit dem vulkan stimmt ja dafür auch noch was noch ein langer weg also aber erst einmal die sechs glückslose aufmachen so türkische winde dann ein kuscheltier lippo dann noch ein kleinling obwohl er mir nichts bringt so dann was ist da wie noch ein kuscheltier äh kippling gar nicht so jemand kippling nennt so und looms und der letzte was ist das noch ein kuscheltier ja noch ein kuscheltier also schnick also tja so wo ist denn okay wo ploppt sich auf da glaube ich oder was ist das türkische winde oh okay aber wir haben noch ganz viel glückslose müssen die sowieso noch bearbeiten einer fehlt ja auch noch also tja deswegen gehe ich da noch nicht rein weil wir müssen erstmal noch da war das gehört ja auch zu 100 prozent hallo aber dass wir den ersten boss besiegt haben das war nicht geplant ich hatte hatte oder herr sie uns noch da fehlt uns das sind ja da haben wir noch ein heimgesucht nein 23 heimgesucht level wir haben noch drei heimgesucht leben vor uns da haben wir noch nachholen so was haben wir da so haben wir 39 von 68 hm im raus der höhe weil dann bekommt man auch ganz viel deswegen mache ich das erstmal keine ahnung wie der Partys gerade ist aber oh Murphy ist wieder dran hm hm w hm hm h w w w w w w w Ah, da ist was. Ha. Also man muss ja immer so gucken, aber tja, wenn ihr Whammy Legends auch besitzt, dann solltet ihr mal gucken, was da los ist. Oh, die gete, gete. Ich bin noch nicht, ob sie aus können. Oh, die gete, gete. Oh, die gete, gete, gete. Oh, die gete, gete, gete. Oh, die gete, gete. Oh, die gete, gete. da ist noch was so oh no nein nein muss ich keinen verpassen nein 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 den ohne Nether auf gar keinen Fall kann ich natürlich vergessen wenn die sowieso noch alle nachholen so habt ihr auch recht gehabt wir haben einen verpasst so so nein ihr habt Oh, 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 oh. okay wow so den letzten also er fehlt einer fehlt mir 480 alter okay einer fehlt mir leider noch ein heimgesuchtsleben wollen mich veräppeln ja ich glaube so und die wollen mich irgendwie veräppeln ich wünsche wir hätten noch ein noch ein ich wüsste ja so noch ein oh jetzt leider habe ich gerade alle verbraten so so wieso haben wir 860 von 887 was was hä noch ein heimgesuchtslevel die wollen sie veräppeln ich glaube es wird ein heimgesuchtslivestream oder so werden keine ahnung so also wir haben die erste orchesterchaoslevel geschafft für die nächsten muss ich leider sagen wir dann erstmal die bosse besiegen und ja mhm was haben wir da oh das mache ich nicht auf gar keinen fall halt auf gar keinen fall das könnt ihr wirklich vergessen ich mache es nicht also 400 brauchen wir 200 brauchen wir 200 mehr mehr gar nicht verrückt denn auch nö es ist lange wie sie werb bei dem war wo ich gerade gemacht habe Aber wir gehen da noch mal rein, weil wir fehlen da noch der König und die Königin. Ihr habt irgendwie... Alter. Also tja, da muss ja irgendwas doch sein. Na. Ach da! Alter, wir haben uns jetzt geschafft. Ich hab's einfach beim letzten... Ne, letzten Mal glaub ich irgendwie übersehen. Also tja, dann werde ich's sowieso auf 100% machen. Mein, dieses Level auf 100%. Wow! Halt! Nein! Wow! Wauw! Nein! Alter! Wauw! Nein! Was? Nein! Was? 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 Was ist denn da eigentlich nicht fair? nein Können die Königin sein Auch ein so einer Stelle Wow Okay Ach da Okay Nein Wollen die mich veräppeln oder was Geschafft So Wir haben alles Also 100% Könnte man schon sagen Ja 100% Also So Das haben wir alles Also Aber Ich muss jetzt Ich glaube wir sehen uns dann in der nächsten Folge Also Nein wir haben hier 100% Mist Ich dachte wir haben 100% Aber wegen den beiden Hab ich Wir haben jetzt 248 Von 700 Also Wenn ich so weitergehen könnte Ich hab ja In den Level Wir haben ja den ersten Boss besiegt Das gleiche Wenn wir dann in Ein einer Bossen Der wird echt schwierig werden Also So aber Haben wir die Bossen freigestaltet Hä Ich kann überlegen ob wir die Bossen freigestaltet haben Nein Wir brauchen 260 Wir brauchen 260 Wir haben 248 Und wie sagen wir da 43 von Was denn Der hat da noch ein Gathe Emma Mh Mh Warum nicht Also wir brauchen ja 260 für diesen Wie Mist Also Wie geht es denn Oh warte mal Bisher haben wir 67 von 87 Hm Dafür Ich glaube das Ich habe glaube ich herausgefunden wo der eine Ist Weil Weil Ich glaube im Floss Gibt es da nicht Da war doch eine Stelle wo Gibt es da nicht irgendwo noch eine Stelle wo ich Nicht hingeguckt habe Ja Ist irgendwo im Schloss noch eine Stelle wo ich nicht hingeguckt habe Hm Wo wäre diese Stelle Hm Irgendwo habe ich Nicht aufgepasst Wo diese Weil Nein Da ist es nicht Auf gar keinen Fall Da muss es irgendwo sein weil Da kann ich mich noch gut erinnern Nein Das ist nicht Das ist nicht Das ist nicht Ich bin Ich bin Und Bege Ich bin Ach, da ist der! Ah, jetzt habe ich es gefunden. Also, da war die im Mist, wo ich nicht wollte. Also, 100% haben wir es. Nicht ganz 100% weit, ja. Nun, wir freien nochmal alle, weil, ja. Walter, die bringen ja Looms und... Nein! Wo? Alter! So. 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 Du, alles Mist! Zistern! Nein! Wow! Du! Brüder! Das ganze Mist! Nochmal! Oh! Alter! Nein! Alter! Du haben ihn veräppet, oder? Alter! Ich veräppte mich doch, oder? Nein! Wow! Wissen Sie noch was? Nein! Dann kann ich den Level nun beenden! Wissen! Immer noch nicht! Aber einen! Aber komplett haben wir das Level! Aber Gold fehlt mir! 249 haben wir! 249 haben wir! Dann fehlen wir noch! Wir haben 78 von... Ja! Wir haben ja 99... Aber wir brauchen... ...und... ...sech... ...260! ich bin also 11 fehlen mir also die 11 in der nächsten folge folge machen wir in dieser folge wenn wir die folge ein bisschen lang wird und ja also habe gerade auch keine glückslose mehr deswegen nächste folge geht es dann weiter wir werden dann weiter machen mit boss nr 2 von totstory also da geht es dann in der nächsten folge weiter wir werden da sowieso noch alles nachholen und es geht dann weiter mit der panzerkröte also wir sind so ein boss hören wenn ihr das versteht ihr habt ja boss 1 es gibt 5 welten und es gibt immer ein boss also ihr könnt jetzt rechnen wie viele partys genau sind aber tja die nächste folge dann die panzerkröte also wenn wir einen daumen oben und über ein abo freuen und in der nächsten folge geht weiter mit panzerkröte also bedanken ciao euer crazy smith